Die Uhrenwerkstatt, gegründet 2005 in der Hofgoldschmiede in Bochum. Die Uhrenwerkstatt ist eine zertifizierte Meisterwerkstatt. Die Werkstatt ist ein reiner Reparaturbetrieb ohne Verkauf, spezialisiert auf die Restauration von antiken Großuhren. Durch die Zertifizierung ist auch die Reparatur hochwertiger Armbanduhren namenhafter Hersteller möglich. Ein Beispiel ist der Swatch-Konzern mit seinen Produkten. Die Werkzeuge und Prüfgeräte sind ebenfalls uhrentechnisch auf dem neuesten Stand. Der Wechsel von Batterien und Leinreparaturen gehört auch zum Service.